Musik Vormittag war ich noch auf dem Trogkofel und ab Mittag bin ich in Malbruna, dem ehemaligen Wolfsberg und besuche das Grab und Haus des Anton Eutzinger, der Bergführer war für den Erschließer der Julischen Alpen, Dr. Kugi. Und dann entschloss ich mich mit der Seilbahn auf dem Monte Santo zum Wallfahrtsort Maria Luschari zu fahren. Musik Amen. Musik Blick ins Kanaltal nach Tavis und Arnoldstein. Die Jägerspitze und der Wischberg. Aufbruch zum steinernen Jäger auf Italienisch Cima Cacciatore. Musik Knapp vor dem Gipfel herrlicher Blick auf die Gamsmuttern und Wischberg. Auf dem steinernen Jäger und Blick hinunter nach Maria Luschari. Musik Der 2679 Meter hohe Mangat. Und der Jalowetz mit 2645 Meter. Der Wischberg. Und der Montasch mit seiner 1700 Meter hohen Nordwand zur Seiserer Alm. Die hohe Warte in den Karnischen Alpen und davor der Spitz des Mittagskufels auch ein heiß umkämpfter Berggipfel. Musik Das Tal nach Granskagora. Der Mittagskugel, Grenze von Slowenien zu Österreich. Die hohe Ponsa, das Spieg und die Schilatika. Musik Die Kaltwasserscharte, mein Abstiegsweg vom Wischberg. Und die Bellarini-Hütte auch schon auf 1500 Meter Höhe. Musik Blick über die Gipfeltürme der Jägerspitze auf die Seiserer und auf Walbruner, wohin ich jetzt absteigen werde. Musik 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 Blick auf den Wischberg, die Gamsmuttern und zurück zum steinernen Jäger und die Saiserer Richtung Walbruna. Musik Nach zweieinhalb Stunden wieder beim Autoparkplatz vor der Seilbahn. Heimfahrt über St. Veit und Semmering und so war ich vor 22 Uhr daheim. Musik 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 Musik